ich glaube ich komme jetzt mal hier runter ich werde mich Muni fallen lassen komm bleib stehen hier lecker viele Moni das auch ich kann hier hoch ah hier müssen wir auch hin also musst du einfach rüberkommen ich habe auch kein Emse Blemse mehr gesehen hier ach da unten bist du ja bisschen hier rüber nix blitzi blitzi nix Emse Blemse sonst hast du alles abgesucht ok ja ich hatte die alles was kistenmäßig war und so und ich habe ja die den Dingens noch den Tresor noch geöffnet ja sieht doch gut aus kann man von hier noch irgendwas sehen sieht nicht so aus nö ich glaube wir können weiter oder alles klar bin ich dabei haben wir uns doch schon relativ weit über das Schiff drüber geprügelt muss ich mal so sagen Speichern oh Pflanze ach ich kann dir ja Maschinen Muni geben ja dann gib mal her so ja ich hol das Kraut mal mit ja ich habe jetzt noch ein grünes und ein grün rotes kombinieren kombinieren ne kann man ja nicht mehr weiter kombinieren was ein grünes und ein rotes ne ein grünes und ein grün rotes also einmal voll und einmal biskönnen gut dann gehen wir mal runter oder? ja auf geht's keine witzig-witzig mehr hier da ist doch noch was zack auch schön Pistole Pistole ich bin hinter dir ich folge dich unauffällig ich folge dich unauffällig wer springt zuerst es ist ähm wenn ich das mal so sagen darf wird's ruhig ja 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 du bist so großartig es wird nicht leicht finden witzig es wird nicht es wird nicht es wird nicht es wird es wird es wird es wird es wird wir haben eine Geschichte zusammen und er ist nicht der Typ die grünes zu lassen hm aha er sollte etwas haben gemacht, um ihn wirklich aufzumachen es geht ein bisschen außer einfach aufzumachen also wirst du mir erzählen was passiert? vielleicht aber nicht bis all dies enden geht mit mit dem zu so die schrotze haben wir voll gemacht hier da ist eine kiste unten hier das ist Ja. Also wir gehen auf jeden Fall gerade richtig tief in den Tanker rein. Ah, der geht dann nach unten weiter. Oh, da ist aber ein Riesenraum, kann das sein? Oh, oh. Okay, erstmal hier. Oh. Oh. Was ist das? Yo. Das ist glaube ich was für dich. Okay. Handgranate? Gold. Handgranate will ich nicht. War ich gerade im Moment. Also ich glaube auch jetzt kommt irgendwas richtig dickes auf uns zu. Ich würde sagen, ja. Ich finde den Koffer finde ich geil. Den Inhalt oder den Koffer? Ja. Soll ich mal vorgehen, nicht dass du versehentlich dann keine deiner Granaten weg nimmelst? Wieso? Ich habe drei Stück. Drei Stück dürften reichen, aber ich nehme mir jetzt mal die... Ich nehme mir mal die neue Knarre zur Hand. Oh. Oh. Ah. Ah. Was ist passiert hier? Nichts, was auch bei uns interessiert. Wir geben dir keine Option. Jetzt spiel es aus. Drei uns was wir wollen wissen und du wirst nicht gehört. Wo ist Wesker? Wenn du dich behalten kannst, dann vielleicht erzähle ich dir. Das war sie gefallen. Hm? Ich habe dir mal was hingelegt. Ich gebe dir das viel. Was ist das? Chris, ich gebe dir das. Chris, ich gebe dir das. Was ist das? Was ist das? Excella scheint uns zu beschädigen. Ich spreche sie wie sie es. Kontrollpunkt. Können wir bestimmt ein bisschen umgucken, oder? Oh, da gibt es Gewehrmonie. Ach, sieh mal einer an. Was ist das? Ein Emblem. Ein Emblem. Hat wohl auch Zeit. Oh, hier ist wieder. Konnte man auch grün-grün kombinieren. In grün und grün kannst. Grün und grün kannst du kombinieren. Dann probierst du mal raus. Mann. Ich kann ja nichts mehr mit aufnehmen hier. Eins kann ich noch aufnehmen. Aber Gewehrmonie brauchen wir nicht, ne? Gewehrmonie ist voll. Gewehrmonie. Das ist auch Gewehrmonie. Und so. Oh. Okay. Ein gesperrter PC Oder so Was hast du denn gefunden? Hier den Tagebuch PC hier Oh, da ist aber einer sehr von sich selbst überzeugt Was passiert eigentlich, wenn ich... Oh ne, ich will es gar nicht ausprobieren Ist das doof Ein paar Scherben Ja, dann könnten wir doch über die Tür weitergehen, oder? Ja, ja Moment, was auf dem Boden lag Ist das eigentlich weg jetzt hier, oder ist das eigentlich diese... Die Spritzen, die da rumlagen Die sind weg, ne? Ja Die sind halt... Keine Gewähmungen Oh, ich bin so voll Da hinten steht auch einer, oder? Ja Sollen wir den Dreck von hier weg zu leveln? Ich hab mir ein Visier Ja, oder nein? Warte, warte, warte Ich mag mal auch mal ein bisschen meinen Spaß haben Okay So Darf ich jetzt? Ja, achso Ups Okay, das ist schon mal Kraut Was hat denn da für eine Rolle gemacht? Soll ich jetzt durchgehen? Wo? Sniper? Von rechts oben? Snipern wir doch mal weg Guck, ich muss grad nachladen Ich glaub ich hab da ein kleines Feuer gelegt Ich hab da auch ne Schrotze Junge Junge Okay Ist da noch irgendwo Ja, dann müssen wir wohl mal weiter gehen Ich glaub mal schnell nach Ich brauch auch unbedingt Schrotzenmoni Ja Schrotzenmoni brauchst du? Ja, ein bisschen Ich denk mal für die Jailbreaker Aber Ah Okay, hier unten sind wir Wenn liegt was Maschinengewerb moni Jo Jo Warten noch Wer War da noch einer? Ne Da oben ist einer noch Mensch, komm mal Ich glaub, der hat irgendwas fallen gelassen Oh Ja, ich glaub Ich glaub Vielen Dank.